Und damit herzlich willkommen zu Rocket League mit Nils. Weiße Weh, das war Nils eben. So ein kleiner Assi. Oh, sie ist orange neben diesem Blue. So ein coolen A-Team-Aubuch. Ja, ist echt so. Mann, wo bleibt der denn? Lappen-PC wahrscheinlich. Oh, er ist nicht reingekommen, er war auch 2 gegen 1. Wenn wir das verlieren, ist er fein. Was ist er denn? Bei irgendwo bei dir. Na, hat aufgegeben, na gut, war klar. Easy geworden. Ich hab ein Warnlicht. Hast du bekommen? Warnlicht, das was du auch hast. Wollen wir das ausrüsten? Leuchtet das auch? Ja. Ok, dann rüsten wir das aus. Ich glaube, dass das leuchtet. Äh, leuchtet nicht. Ich glaube auch. Ich hab ein Warnlicht. Ich hab ein Warnlicht. Ich hab ein Warnlicht. Ich hab ein Warnlicht. Na gut. Sex-Game. Rüchtet nicht. Wow. Dünn. 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 Nein, komm schon. Oh, vorbeigesprungen. Oh, Mann. Loll. Wieder rein. Oh, umdrehen. Ich bin die Droh. Nein. Boah, Latte. Weck das Ding. Boah, ich strebe mich an und der springt einfach vorbei. Hallo, hab ich schon nicht eingesammelt? Nice. Alle jumpen so vorbei. Meine Chance? Nicht drückwärts. Tja, wir müssen jetzt noch irgendwie zwei Tore machen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, der passt. Nice. Vorlage. Boah, alle sprießen da vorbei. Aber dann, easy, eingenetzt. Oh, vorbei. Holy shit, kam der hoch. Befreiungsschlag. Hat er da schon gelauert und wollte das aber... Na ja, hatten wir jetzt den erst mal weggekickt. Oh, shit. Das darf nicht wahr sein, ey. Oh, scheiße. Ey, nee, ist wo fest hin? Oh. Der eine von denen hat sich auch erst mal schnell verzogen. Kommt wieder. Spreße weit ist frei. Oh, warte, auch nicht. Dreh dich. Oh, oh. Vorbeigejumpt. Oh, Gas. Ja, wir haben noch eine Minute. Ich bin out of boost. Ah, Latt. Na, ich mach mal nicht mehr vorbei. Out of boost? Nope. Aber ich schaffe es. Ah, da hast du den Grat hochgelegt. Oh, es wird knapp. Ja. Ich schaue nach vorne. Ja, der passt. Der passt. Ja. Puh. Jetzt müssen wir halten. Brand vormachen. Ja, fuck out. Nein. Darf er noch nicht abpfeifen. Jetzt pfeift er es ab. Ja. Mal wieder verloren, ey. Ficken. Ach ja. Auch schon. Wie sieht das geil aus? Ist halt einfach ein Dollarzeichen. Immer noch Pech. Ja, das war schon wieder sehr unlucky. Man, oh man. Nein. Oh Gott. Wie das aussieht. Aber der kommt jetzt Mitte. Achso, du bist gar nicht mehr. Ja, ich war da nicht, aber ich dachte ja, ich mach den mal, weil du liegst frei auf dem Dach. Und hier. Oh Gott. Och, Menno, dann steht der da mit seinem Bus, ey. Jetzt krieg ich da mit dem Sprüngen wieder hin, weil ich jetzt einfach keine Drehung mehr mache. Das ist, glaube ich, einfach das Problem. Ja, das war nice. War nicht so nice. Bin ich out of boost. Ey, ramme ich mich! Oh Gott, und jetzt? Alle safe, klären sie. Sehr nett von denen. Oh, mit dem Arsch weggebumst. Hast du den mal bitte? Ja. Danke. Jetzt müssen wir da irgendwie schnell hin. Die sind aber doof, ey. Verteidigen können sie, aber angreifen können sie überhaupt nicht. Ja, ist gut, den machst du. Ja, die sind so... Oh nein, da rettet der den, weil er mit seinem Bus stehen bleibt. Jetzt haben wir ein Problem, wenn ich keinen Boost... Oh, die sind aber so schlecht, ey. Die können nur verteidigen, mehr können sie nicht. Ach, kompfi. Jetzt haben wir auch ganz viel zu buffen, aber immer angefahren. Jo, er rammt mich. Jo, er rammt mich. Tracer. Tracer. Leider kein Speed vorhanden. Oh. Oh, oh. Oh, er hat Latte. Nein, er... Latte. Jetzt auch weg. Ja, ist weg. Oh nein, der ist drin. Und Hashtag wieder mal Pech. Oh ja. Heißt ja auch immer so kurz vor Schluss, Mann. Ja, wir haben noch eine Minute Zeit. Das könnten wir immer schaffen. Ja, wow. Wir haben vier Minuten lang kein Tor gemacht, weil... Irgendwann... Weil die richtig... Genau. Verteidigen. Du, 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 du. Jetzt, was machst du hier? Ja, ich dachte, du warst da auf einmal weg und dann warst du auf einmal da. Ich war eigentlich immer da. Nein, ich hab dich aber nicht gesehen. Nein, später auf Zeit. Verkackt. Mal wieder. Oh, was ist das? Immer mit Lack gewinnen sie. Bis zum nächsten Mal. Oh, dran.